Jawohl! Worauf warten wir dann noch? Perfekt. Das Disney Channel Ferienprogramm gibt's Dienstag wieder ab 7 Uhr 55. Weihnachten ist die Zeit für kleine Dinge. Überraschung! Und große Gefühle. Vertrau mir. It's the best time of the year. Ja! Es geht nicht um das, was wir geschenkt bekommen. Es geht um das, was wir geben. Die schönste Zeit des Jahres. Mit den schönsten Filmen aller Zeiten. Der Disney Channel wünscht frohe Weihnachten. Die schönste Zeit des Jahres.